moin leute wir uns wieder heute leider ohne aber naja ist der projekt man kann ja nicht immer auf alle warten und wir machen jetzt links der ja es erwarten dass wie denn drauf ist in grad hier kurz ja jetzt ja ich bin nicht auf dem server drauf er noch nicht und wir gehen jetzt erst mal pennen oh ja ich bin nur ein e-bett ich teile mein bett gerne mit dem ajox das koopte ich mir die dinge um wo habe ich also hat gummi nicht hat die gummi sondern gummi dings zu bekommen zwar irgendwie so ja ist am schmelzen ich hab ne ne die eisen einmal px hat nach der ajox ich gucke erst ab der gummibomb gewachsen ist und der ist noch nicht gewachsen so muss ich gerade mal ein bisschen nachhelfen falsch aus wieso haben wir hier drei türen haben irgendwo knochen schon da sechs stück machen müsste reichen ich will noch nicht so verschwenderig sein ich mache mir jetzt mal eine eisenspitzhacke und dann wollte ich anfangen dings dazu machen eine kleine mine zu bauen und ich brauche noch gold deswegen gehe ich mir runter ja nein ich brauche gleich mal eine mine für uns ne ich mache mir gerade mal rüstung weil für mich ist es sicherer wenn ich sowas habe wenn ich ein bisschen rüstung sei ja jetzt also schlecht immer ich gebe dir auch meinen brustpanzer komm her kann kraft sind dauer nah da sind settling geil zwei stück noch besser hast du kommen ich habe zwei sechs länger gut die möhren sind halbwegs gewachsen hast du vielleicht hier wachs zeug also noch ein bisschen kannst du das ist dann machen karten wachsen lassen ne brauchen wir noch nicht oder ich habe noch zwei hier zwei brot nicht nebeneinander nicht so nah nebeneinander die müssen mindestens drei voneinander entfernt sein echt ja muss gerade musik leider stellen das versteht ihr mich mal wieder nicht ich bin auch so schlau verschwendung von bauern mir kannst du mir gerade kurz helfen thomas ich bin gerade am erz zu fahren nein nein ich brauche uns gleich eine mine ja na und ich brauche trotzdem jetzt gold und ein bestimmtes erz ich gucke mal gerade ob wir vielleicht schon gold haben alte wir haben wir hier so viel ja das brauche ich auf jeden fall muss was hast du wir brauchen auf jeden fall noch ein bisschen hier und redstone jo jo ich brauche uns dann bald mal eine elektrik eine unendliche elektrische quelle aus lava die ist einfach nur geil und die ist überspräch zu bauen ja ja ich weiß wie man die baut hat das mal getestet also ein single player alter da geht es tief runter hä was ist das ah wir haben hier einen minengang unter uns meine gang lass mich einfach gleich machen 1 2 3 1 2 3 so erst mal ein bisschen gummi haben wir mir jetzt also ist noch in oben tun du lächst bei mir ein bisschen ich lege mir nicht ich kann schon mal ein bisschen mit zaubern anfangen du ja zaubern kannst du das hier haben wir noch 28 29 also wir können uns schon einiges an rüstung und so bauen du lächst bei mir auch liegt da im ts oder oder am internet ich habe dir den brustpanzer gegeben zieht ihn noch an so ich glaube ich wollte mache ich hier so oder einfach hier runter ein bisschen vom dorf ein bisschen entfassen wo soll der verzauberung hier kommt der verzauberungsraum mir ist eigentlich relativ viel kabel dann kommt ja der ist direkt neben unserem haus dort bewundert die machen lieb es kommen herzen nicht dein ernst doch da kam gerade herzen aus dem dorf bewundern raus was ist hier los ist eine versammlung oder da war ich auch gerade alter ich muss kühe schlachten ich töte euch gleich ohne scherz ich töte jetzt im ernst so viele tiere damit ich voll viel ich töte jetzt den ganzen scheiß dorf bewohner fleisch habe gerade den weg hier rumlummern die nerven mich gerade oh ich habe vergessen dings mitzunehmen wackeln kannst du vielleicht gerade welche runterwerfen klar doch warte ähm du bist bei dieser dorfbewohnerversammlung runtergegangen oder siehst du gleich wenn du selber ja ich sehe deinen namen du bist bei ich komme gleich ich kenne nur ein paar kühe noch kann das die eisen das eisenschwert übel schnell kaputt geht das eisenschwert mhm ne ja eisen geht generell schnell kaputt weil das was so stark ist wie diamant aber diamant ist halt halt ähm haltbarer das ist kein eisen das ist stahl ach so warte komm mal zu mir ja werf runter versuch mal gold zu bekommen ich brauche nämlich gold hast du mir runter geworfen ja hab ich die fackeln ja die sind unten ach da ganz unten zwar nicht so viel aber von anfang müsste es reichen die folge setzt gleich schon vorbei wir haben nichts mehr erreicht die zahlschule dann kann man mal zehn minuten ja ja wir machen vielleicht bald zwei stunden live stream ja in zwei stunden live stream fahren wir glaube ich nur oder min ja wahrscheinlich und ich mache mich an wir brauchen ärzte und sind paar minuten diese 20 minuten folgen was wir machen kann man nicht so viel schaffen sagt man das ist ja um einen stab zu machen sonst kann ich die ganzen tische und so nicht machen okay ja ohne fehler das ist gut das brauche ich auch das ganze fleisch braten alter 39 von kühn müsste reichen steck mal dein herzeit links wieder richtig rein du leckst okay lege ich jetzt immer noch das ist geht so ich glaube ich bin wirklich am tsch ja ja fast ein stack ähm iron schon wow alter ist gerade runtergefallen aber alter bisschen so wie war das nicht so hoch was ist das denn nochmal das ist glaube ich in oder sieht aus wie tin es wird gerade dunkel immer so ein tipp ja ich bin sowieso in der höhle macht nichts aus ja mir aber vielleicht ich habe ein paar sachen für dich ich habe uns jetzt wir haben beide eine volle rüstung hast du da was zu essen gemacht wie karotten oder so gerade am braten fleisch ja ich habe tin bekommen tin brauchen wir nicht wir brauchen im moment was anderes ok das rubber ist gebrannt noch mehr tin ist ja gar nicht so selten so 1 2 3 so jetzt kann ich mir ein bücherregal machen hier ist spinnen ich kann hier grad sehen ich bin hier in der ja wie im schacht glaube ich muss ein bisschen rechts gehen vielleicht ja ja nicht schlecht was passiert hier ist ein wie im schacht wow weiß ich auch schon vielleicht Ja, den haben wir voll oft schon getroffen. Ach, da war ich ja nicht dabei. Ja, genau. Fuck, Thomas, Hilfe, Hilfe. Ich kam gerade runter. Da ist genau ein Spinnenspawner gewesen. Da ist Spinnenspawner. Alter, bin ich durchgefallen. Ich bin aber nicht. Also mach den Spinnenspawner aber nicht kaputt. Wenn du die Treppe runterlässt, bemerkst du das. Okay, ich bringe dir noch ein bisschen Rüstungsteile mit. Wir müssen auf jeden Fall Eisen fahren für den, ähm... Ich hab Eisen. Kannst du bitte den Spinnenspawner deaktivieren? Ja, das musst du mit Fackeln machen. Versuche, ab irgendwie wieder hochzukommen. Da ist ein Küper. Alter, zwei Küper, zwei Küper. Ach, ich hab dich hochgebuddelt. Aha, interessant. Ich bin gerade am Arsch der Welt und komme nicht raus. Ich komme gerade runter. Na gut, ich springe runter. Ne. Das ist doch kein Diamant. Boah, ich wollte gerade schon sagen. Boah, Alter, du bist ganz runtergefallen. Hier. Hier ist direkt der Spinnenspawner. Toll. Ich hab Gold. Geil, komm hier. Aber ich hab keine Eisenspitzehacke. Ich hab einen, ich komme runter. Aber Eisen haben wir auf jeden Fall jetzt genug. Ich find die ganze Zeit Eisen hier. Eisen brauchen wir übelst viel, das ist gut hier. Ja. Siehst du, wo ich mich runtergrabe? Komm her, ich springe runter. Wow, 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 Thomas. Überliebst du. Ja, ja, hab den getötet. Keine Perle, geil. Warte hier. Ich hänge hier noch ein Spinnensponner. Hier, hier, warte hier. Etwas zu essen. Und hier? Brauchst du etwas zu essen? Ja. Bisschen Steak. Aber wir müssen, ah, Gold, geil. Da ist Gold. Jo, jo. Das ist richtig gut. Gib mal ein bisschen Fackeln. Komm, lauf einfach halt mit mir hier rum. Ist sicherer für uns beide. Dann läuf dich wieder nach oben. Ja, dann lauf doch oben. Okay. Da unten ist Lava. Dann glaub ich schon auch hier drinnen. Warte, ich geb dir dann meine Eisenspitzhacke. Ja, das ist wer. Ich wollt grad danach fragen. Hast du keine Spitzhacken mehr? Doch, noch... Oh, noch eine Steinspitzhacke. Dann gibt man einen Steinspitzhacken noch. Oder warte, man kauft mir grad einfach selber Steinspitzhacken. Nee, nee, ich hab dir gegeben. Hier ist Redstone. Ja, jo, warte. Hier unten. Nein, das ist kein Redstone. Das ist China über... Ach, da unten ist Redstone. Mal rein zur Seite, bevor da unten Lava ist. Jo. Mach hier frei. Thanks. Hier ist noch Gold. Hier ist noch Gold. Hier ist noch Gold. Oh, yes. Ist noch Quantum, oder wie das ist. Nein, das ist Uran. Gib mir mal die Eisenspitzhacke. Ähm, Moment. Nicht schubsen. Wie kann man noch schubsen? Gib dir. Und gib das Eisen direkt her. Dann schmelzt sich das alles. Du hast wieder selber aufgesammelt. Achso, ja, fehl. Ähm, ich glaube, das ist auch schon die Zeit vorbei. Und gib mir noch das, ähm, Gold. Ja, die Zeit ist leider vorbei. Gib das Gold. Warte, ich jetzt noch was. Gibt das Gold mal nachher? Wir laufen erstmal nach oben zur Zeit. Oder wollen wir hier anfangen dann? Hier anfangen. Ja, gib mir aber das Gold zuerst mal. Ja, warte. Ich gehe hier gerade noch ganz kurz rein. Gucken, was hier noch so ist. Nicht ziemlich viel ist nichts. Gib das Gold jetzt einfach schnell mal her. Dann beende ich die Aufnahmen kurz. So, das war's damit der Aufnahme. Leider sehr, 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 sehr kurz. Hätte lieber noch 10 Minuten länger gemacht. Ja. Aber leider, lautet Regeln, dürfen wir nur 20 Minuten machen. Jo, ciao, Leute. Bitte.